Unter dem Motto Mitarbeiter finden, binden und führen, stellte die Handwerkskammer Reutlingen zusammen mit Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut das Projekt Personaloffensive 2025 vor. Das mit 4,4 Millionen Euro geförderte Projekt soll Handwerksbetriebe im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte unterstützen und für die Zukunft rüsten. Das Beratungsangebot deckt dabei sämtliche Personalbereiche ab. Betriebe können zum Beispiel Informationen zur Nachwuchswerbung anfordern und erhalten Hilfestellung beim Thema Personalführung. Mit einer Beraterin haben die Handwerksbetriebe außerdem die Möglichkeit, individuell auf sie zugeschnittene Maßnahmen zu erarbeiten. Bis zu acht kostenfreie Beratungstage sind dabei möglich.